Ahoi Leute und herzlich willkommen zur Review von Attack on Titan Folge 82. Ja Leute, wir nähern uns hier schon der 90er Marke mittlerweile. Wir haben jetzt nach dieser Folge noch 5 Folgen übrig in Part 2. Ich hoffe nach wie vor auf einen Part 3, aber nichtsdestotrotz können wir direkt mal anerkennen bzw. festhalten, dass es ab jetzt ein bisschen ruhiger zugehen wird, als es das vorher noch getan hat. Die letzten 6 Folgen waren natürlich komplette Eskalation, ein Overload von Input, von Informationen, auch das, was ganz rund um Eren und Sieg abgelaufen ist. Das war ganz schön viel Stuff, das war ganz schön viel Action und jetzt gehen wir natürlich erstmal wieder ein ruhigeres Pacing vor, was übrigens auch so im Manga gewesen ist. Die heutige Folge hat auch genau ein Manga-Kapitel adaptiert, was ich sehr gut finde, denn es war von vorne bis hinten rund das Kapitel, es hat gepasst und ich fand die ganze Folge eigentlich super toll. Ja Leute, die Folge hat dementsprechend auch so ein paar Spotlights gehabt. Zum einen erfahren wir so ein bisschen, was jetzt hier mit den kolossalen Titanen abgeht. Zum anderen natürlich sehr, sehr viel über Anni Leonhardt. Da haben wir ja schon in der letzten Folge gesehen, dass die aus ihrem Kristall rausgekommen ist und natürlich die gesamte Sache hier mit, ja Floch, was ist jetzt los? Wie wird das Ganze jetzt mit Eren voranschreiten? Ist das, was Eren macht, richtig? Falsch? Und so weiter und so fort. Das sind alles Themen, die wir hier mal so ein bisschen in diesem Video anschneiden werden. Was mich aber wie immer freuen würde, wäre, wenn ihr dem Ganzen hier einen Daumen nach oben gebt. Das ist für euch nur ein kleiner Klick, ein kleiner Drücker und mir hilft das wirklich sehr. Aber gut Leute, fangen wir an mit dieser Review, die natürlich das Spotlight hatte rund um Anni. Wir haben natürlich diese kleinen Geplänkel am Anfang mit Hitch gehabt, bei der wir so ein bisschen mitbekommen haben, dass die Menschen jetzt so ein bisschen gespalten sind. Denn Eren hat die kolossalen Titanen aus den Mauern geholt und die kolossalen Titanen marschieren jetzt in Richtung Festland. Sie marschieren auf die Welt so. Sie verlassen die Insel. Und bei diesem Verlassen können die kolossalen Titanen natürlich nicht alles einfach so unberührt lassen, sondern die müssen natürlich zwangsweise auch ein bisschen Schaden machen. Kollateralschaden kann man das Ganze so nennen. Denn so verlieren ja einige Menschen ihr Zuhause oder auch ihr Leben, ihre Söhne etc. pp. Und das bringt die Bevölkerung dazu, dass sie so ein bisschen zwiegespalten ist. Die einen, die das ankreiden und sagen, Eren Jäger ist der Mörder, er hat uns unser Zuhause genommen, so und so. Und es gibt die anderen, die sagen, ja ganz ehrlich, Eren Jäger hat euch vielleicht euer Zuhause genommen. Und vielleicht ist auch euer Sohn gestorben. Aber wenn Eren Jäger jetzt nicht losmarschieren würde, dann würde die Welt früher oder später euch alle töten. Und ja, das kann man so oder so sehen. Ich verstehe auf jeden Fall die Leute, die geschädigt wurden, dass die da nicht ganz so gut auf Eren zu sprechen sind. Wiederum verstehe ich auch die anderen, die so ein bisschen sagen, jo, ganz ehrlich, ist doch positiv für uns. Seid doch mal froh, dass Eren das macht. Und ich weiß, dass auch viele von euch so denken und Eren sehr hart supporten. Da möchte ich aber gar nicht an diesem Punkt so explizit drauf eingehen. In jedem Fall hat das zur Folge, dass natürlich Hitch so ein bisschen sieht, jo, da ist irgendwie so ein bisschen Flüssigkeit auf dem Boden, Fußspuren. Und so kommt sie letzten Endes zu dem Ort, wo sich Anni versteckt hält. Und Anni und Hitch, Leute, das ist ja eine ganze Weile her, dass wir die beiden gesehen haben. Vor allem auch bei Anni. Die haben wir das letzte Mal ja wirklich in der Gegenwart in Action gesehen. Vor 55 Kapiteln, 56 Kapiteln, 57 Folgen, nicht Kapiteln. Ich sage die ganze Zeit Folgen. Da seht ihr schon, wie ich durch den Manga so ein bisschen vorgeschädigt bin. Und da sehen wir auch vor allem, wie Anni hier richtig von Hitch auseinandergepflückt wird. Anni hat noch gar nicht so die Kraft. Ja, die ist noch gar nicht wirklich auf dem Dampfer. Die war vier Jahre in dem Kristall und wird jetzt hier erstmal schön ausgenockt von Hitch. Und ich fand das auch ganz lustig, wie Hitch sagt so, ja, ich hatte erst gedacht, ich muss hier eine Oma aufs Kreuz legen und nicht dich, dass sie das mal machen würde. Da kann ich schon verstehen, weil Anni war natürlich eine Überfliegerin in der Trainingseinheit. Und dementsprechend ist sie auch eigentlich eine ziemlich talentierte Kämpferin. Und das wissen wir alle. Ja, so kommt es dann erstmal zu so einem kleinen Gespräch zwischen den beiden. Hitch ist relativ gechillt, muss ich sagen. Also wären die anderen Militärpolizisten da gewesen, hätte Anni natürlich Probleme gehabt. Aber Hitch hat auch die Situation so ein bisschen abgecheckt und verstanden. Ja, ganz ehrlich, jetzt geht hier sowieso alles dem Barone. Also erstmal reden mit Anni. Mal gucken, was die so sagt. Und so kriegen wir dann so ein bisschen den Abriss für den Charakter Anni Leonhardt. Denn über Anni wissen wir ja eigentlich gar nicht so mega viel. Wir haben im Verlauf der letzten Staffeln immer mal wieder Input gekriegt. Die OVA zu Anni hat uns einiges gezeigt. Auch der Flashback, den wir in Staffel, ja, in Part 1 von Staffel 4 gehabt haben, der hat uns hier auch noch ein bisschen etwas von Anni Leonhardt gezeigt. Aber wir haben nie so zu 100% durchblicken können, wie tickt sie eigentlich? Was sind eigentlich ihre Ansichten? Ist sie total treu etc. oder was möchte sie eigentlich? Was ist ihr Ziel? Und in dieser Folge haben wir das dieses Mal ganz gut gesehen. Sie sieht die kolossalen Titanen, wie sie die Mauern quasi verlassen haben und letzten Endes jetzt von der Insel wegmarschieren, um auf die Welt zu marschieren. Ja, und das sorgt auch so ein bisschen dafür, dass Anni ein bisschen nachdenkt. Und auch mit Hitch so ein bisschen darüber redet, wie sie sich eigentlich gefühlt hat die vergangenen vier Jahre. Denn, das ist auch so die große Offenbarung, Armin und Hitch waren immer bei Anni. Die haben sie immer besucht, haben immer Storys erzählt, Hitch ihre Männergeschichten und Armin einfach so, was in der Welt abgeht. So ein bisschen, ja, philosophisches Zeug, ja. Und das war das Einzige, was Anni so ein bisschen aus dieser Dunkelheit herausgeholt hat, während sie in diesem Kristall war. In diesem Kristall ging übrigens auch ihr Fluch von Ymir weiter. Das bedeutet, Anni hat zum aktuellen Zeitpunkt nur noch zwei Jahre zu leben. Dann greift der Fluch von Ymir und sie wird so oder so sterben und ihre Titanenkraft geht auf eine andere Person über. Und sie ist zum aktuellen Stand so gesehen 20 Jahre alt. Ja, und dann kriegen wir eben diese gewisse Ansicht von Anni, die wir so vorher noch nicht kannten. Wir haben immer so ein paar Schnipsel gesehen von Annis Vergangenheit. Aber hier kriegen wir es mal von ihr wirklich erzählt, dass Anni eben ein ausgesetztes Kind war. Anni ist genauso wie Rainer Braun eine halbe Eldia. Sie ist also kein Vollblut, sie ist zur Hälfte Marley und zur Hälfte Eldia. Und wir wissen, was mit solchen Kindern ist. Ihr habt es im Fall von Rainer schon gesehen. Der wurde von seinem Vater so richtig abgestoßen und bei Anni war es noch krasser. Annis Eltern haben sie einfach ausgesetzt. Einfach vor so einem Tor irgendwo im Ghetto. Und das hat dazu geführt, dass Anni gefunden wurde von ihrem Ziehvater. Adoptivvater, wie auch immer man das nennen möchte. Sie selbst bezeichnet ihn ja später als Vater. Aber diese ganze Geschichte rund um ihren Vater ist ja auch etwas Besonderes. Denn während er erst mal so großherzig gewesen ist und Anni aufgenommen hat, großgezogen hat, hat er aber sehr schnell eine andere Schiene gefahren. Er hat sie trainiert. Und wir können auch davon ausgehen, dass Annis Vater aus einem Land kommt, was Thailand gleicht, was wir aus unserer Welt kriegen. Ich meine, gut, er hat einen dunkleren Tor, aber das ist jetzt gar nicht ausschlaggebend. Sondern das kann man sich ja dahingehend schlussfolgern, dass Annis Vater, ja Anni, die Kampftechniken seiner Heimat beigebracht hat. Da Anni die Kampftechniken Muay Thai gelernt hat und ja, der Vater dann auch so einige körperliche, äußerliche Erscheinungsattribute aufweist, die man aus Thailand vielleicht auch kennt, lässt sich das sehr gut schließen, dass hier Annis Vater durchaus jemand sein könnte, der Wurzeln aus einem vergleichbaren Land hat, was Thailand ähnelt in der Welt von Attack on Titan. Natürlich. Und der hat Anni hier wirklich sehr, sehr hart rangenommen, was das Training angeht. Denn er wollte, dass Anni eine Kriegerin wird. Dass Anni dadurch, dass sie eine Kriegerin wird, auch für ihn ein besseres Leben beschert. Das Ganze ging dann so weit, dass Anni irgendwann so gut trainiert war und so ausgerastet ist, dass sie ihren Ziehvater einfach mal komplett zusammengeschlagen hat und sein Bein zertrümmert hat. Aber anstatt er das irgendwie als etwas Negatives aufgenommen hat, hat er geweint und dabei gelacht vor Freude, weil sie stark genug geworden ist, um ihn auseinander zu pflücken. Das war der Moment, in dem er natürlich wusste, sie ist bereit, eine Kriegerin zu werden, was ihr letzten Endes auch geworden ist. Wie wir dann aber im längeren Verlauf natürlich gelernt haben, ist es so gewesen, dass Annis Vater das bereutert. Er hat richtige Vatergefühle für Anni entwickelt und Anni hat sicherlich auch richtige Tochtergefühle für ihren Vater entwickelt, wodurch ihr Ziehvater sie dann gefragt hat, beziehungsweise ihr gesagt hat, Anni, es ist vollkommen egal, was los ist. Es ist vollkommen egal, ob du dir die Welt zum Feind machst. Hauptsache, du kommst zurück zu mir, versprich es mir. Und Anni verspricht ihm das dann auch unter Tränen. Was nochmal darauf deuten lässt, dass die beiden, die ja von dieser Welt abgestoßen wurden, denn auch Annis Vater ist ein halber Eldier, genauso wie Anni. Die beiden wurden abgestoßen von der Welt, von der Gesellschaft und beide haben sich irgendwie gefunden. Und auch wenn dieses ganze Drumherum bei Anni etwas ziemlich Grausames gewesen ist, beziehungsweise etwas ziemlich, ja, Raues gewesen ist, ja, das Training von ihrem Vater und so, das war natürlich nichts wirklich, was Liebe symbolisiert hat, da brauchen wir gar nicht groß drüber reden, hat es trotzdem dafür gesorgt, dass diese beiden einsamen Wölfe in diesem Ghetto, ja, zueinander gefunden haben und auch sich gegenseitig trotzdem lieben gelernt haben. Ist irgendwie selbst in so einer düsteren Szenerie eine schöne Symbolik, eine schöne Szene gewesen. Vor allem, weil die beiden dann ja auch gezeigt haben, dass sie füreinander, ja, dass sie sich halt lieben, wie Tochter und Vater. Das Ganze fand ich sehr schön, auch wenn Hitch so sagt, jo, warum erzählst du mir diese Geschichte jetzt? Ja, das ist natürlich so eine gewisse, naja, Darstellung des Charakters. Sie hat aber auch dafür gesorgt, dass wir ein bisschen die Gedanken von Anni nachvollziehen konnten. Denn Anni sagt selbst in dieser Folge, dass ihr lange Zeit alles egal gewesen ist. Ihr weiß egal, ob jemand lebt, ob jemand stirbt. Der Wert von Leben war für Anni nicht vorhanden. Und das hat Anni natürlich auch gezeigt in Staffel 1. Ihr erinnert euch alle, im Wald der Baumriesen, wie viele Menschen, wie viele Leute vom Aufklärungstrupp sie da auseinander gepflückt hat. Das sind alle Sachen gewesen, die sie nur so grauenhaft und skrupellos machen konnte, weil sie den Wert von Leben gar nicht wirklich erkannt hat, gar nicht wirklich geschätzt hat. Und das Ganze hat sich geändert in den vier Jahren, während sie in diesem Kristall war. Sie konnte vier Jahre lang nachdenken. Sie hat vier Jahre eben nur Hitch und Armin gehört und vielleicht auch durch Armin so ein bisschen übers Leben nachgedacht. Wir wissen nicht genau, was Armin Anni alles erzählt hat, außer eben die Tatsache, dass Anni jetzt up to date ist und weiß, was in der Außenwelt abgeht. Aber trotzdem kann Armin auch mit ihr so ein bisschen philosophiert haben, erzählt haben von der Ansicht von Leben, vom Wert des Lebens. Das kann durchaus passiert sein. Und das denke ich, dass das auch passiert ist an dieser Stelle. Und daher ist das nochmal wichtig gewesen, um auch die Motive von Anni zu erkennen. Anni wertschätzt das Leben jetzt. Sie weiß jetzt, dass das Leben einen Wert hat. Aber, und das ist ganz wichtig, für den Charakter Anni Leon hat. Sie weiß eben auch, dass wenn sie dadurch nur zurück zu ihrem Vater kann, dass sie dann trotzdem all die grausamen Sachen, all die Morde, die sie begangen hat, nochmal tätigen würde. Sie würde es ohne zu zögern wieder tun. Auch das ist eine sehr straighte Linie. Ich glaube, Anni und Eren würden sich diesbezüglich, glaube ich, ganz gut verstehen. Denn Eren macht ja im Prinzip dasselbe. Oder, ja, Errens Gedankengut ist im Prinzip dasselbe, wenn man das mal weiter spinnt. Ja, sehr, sehr nice auf jeden Fall. Wir kriegen dann auch noch einen kleinen Shot mit Anis Vater im Liberio-Ghetto. Der versucht so ein bisschen da, die Leute, die Mali zu warnen und zu sagen, yo, wir haben alle dieselbe Vision gehabt. Eren Jäger kommt mit den kolossalen Titern. Die glauben das nicht. Anis Vater lehnt sich auf. Und, ja, wie das ausgeht, müssen wir mal abwarten. Wurde der jetzt erschossen? Ist der Sinn von Anni, dass sie überhaupt jetzt weitermachen will, ist er jetzt auch verloren, dadurch, dass ihr Vater tot ist? Das bleibt nach wie vor abzuwarten. Wir kriegen dann aber noch einen weiteren Ort, beziehungsweise eine weitere Szenerie gezeigt. Und das ist einmal die Szenerie zwischen Armin und Mikasa. Und ich glaube, sehr, sehr viele von euch fanden diese Szenerie auch ganz gut. Denn zum einen sehen wir mal Armin, wie er selber nicht weiter weiß. Wie Armin zu Mikasa sagt, ganz ehrlich, was soll ich dir sagen? Denk doch einmal selbst Mikasa. Das ist etwas, das ist natürlich ein Front, den Armin hier gegenüber Mikasa sagt. Denn Mikasa ist, egal wie man das betrachtet, in großen Teilen von Attack on Time die Mitläuferin gewesen. Immer nur Eren, Eren, Eren. Und das ist natürlich auch irgendwie beabsichtigt gewesen. Das hier könnte die große Anregung sein von Mikasa, beziehungsweise dafür sorgen, dass Mikasa endlich mal selbst denkt, dass sie ihre eigenen Entscheidungen fällt. Klar, in Staffel 1 hat sie auch gesagt, jo, ich bin stark, ich will kämpfen, ich gehe voran. Aber das hat sie alles nur gemacht, weil sie dachte, Eren wäre tot und sie ist auf ein Suizidkommando gegangen in Staffel 1. Kann man da jetzt so von eigener Entscheidung sprechen? Ja, in einem gewissen Rahmen bestimmt. Aber war das jetzt irgendwie sinnvoll von ihr? Ich weiß nicht so ganz. In jedem Fall zweifelt Armin auch sich selbst an. Armin sagt, er weiß jetzt, was die richtige Wahl gewesen wäre zwischen Erwin und ihm. Er selbst hat keine Lösung und sagt, Erwin, er wäre derjenige, der ihm dieses Chaos Ordnung bringen würde und er ist die falsche Wahl gewesen und Erwin hätte überleben sollen. Ob man das so sehen kann, kann ich noch nicht selbst mal dahingestellt. Ich persönlich finde aber, dass Armin trotzdem in so vielen Aspekten schon gute Momente gehabt hat und wer weiß, wir wissen ja noch nicht so genau, beziehungsweise ich weiß es schon, aber ihr Anime Onis wisst natürlich nicht, was Armin noch so reißen wird und da kann man dann drüber nochmal schauen zu einem späteren Zeitpunkt, ob Armin wirklich komplett, ja, die falsche Wahl gewesen ist im Vergleich zu Erwin Smith. Im finalen Moment kriegen wir dann aber noch so ein Spotlight von Floch und Jon. Floch nutzt wirklich die Macht aus. Floch macht auch klar, dass er derjenige gewesen ist, der von Eren Jäger eingeweiht wurde. Er ist die rechte Hand von Eren. Hättet ihr das gedacht, Leute, jetzt mal no joke, also guckt euch mal Staffel 3 an, Ende Staffel 3 und da wollt ihr mir doch nicht wirklich erzählen, dass Floch und Eren irgendwann die dicken Buddies werden und dann wirklich so Bros sind und Eren seinen großen Plan an Floch anvertraut. Aber es ist tatsächlich so passiert, Leute, es ist tatsächlich so passiert, dass Floch der einzige gewesen ist, der damit eingeweiht gewesen ist und dementsprechend übernimmt Floch hier auch die Funktion der rechten Hand des großen Führers Eren und richtet auch einfach mal so die Feinde, die nicht mitlaufen wollen. Wir kriegen da einen Headshot gesehen und ja, Floch macht auch ganz klar, die, die mit uns sind, die nehmen wir gerne auf. Alle anderen, die werden wir leider beseitigen müssen oder knechten müssen und Floch genießt dieses Sinn. Ganz ehrlich, lasst uns mal kurz über den Charakter Floch reden. Floch ist ein Charakter, der Macht genießt. Er genießt diese Situation. Er genießt es vor allem auch anzugeben, was gemacht wird und was nicht, was richtig und was falsch ist. Denn das ist genau das, was er hier gerade entscheidet. Von 0 auf 100. Von diesem kleinen Würstchen in Staffel 3 am Ende ist er jetzt auf einmal zur quasi zweitmächtigsten Person innerhalb der Mauern geworden. Wenn man jetzt sagt, Eren ist die mächtigste, dann ist er als rechter Hand von Eren auf einmal die zweitmächtigste Person vom Einfluss her innerhalb der Mauern. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Hätte, glaube ich, kaum einer erwartet und ich finde den Charakter sehr gut geschrieben. Er ist der Charakter, den man hasst. Der Charakter, der einen aufregt. Der Charakter, der auch so die Moral eines Zuschauers herausfordert. Ich finde, Isaiama hat das hier mit Floch sehr, sehr gut geschafft und er symbolisiert das Ganze noch viel besser mit Jaar Kirstein. Jaar für mich ja sowieso ein Charakter, der im Laufe von Attack on Titan so eine heftige Entwicklung gemacht hat. Und selbst Floch, ja, spricht das in dieser Szene, ja, indem er zu Jaar sagt, Jaar, chill einfach. Du kannst jetzt der alte Drecksack sein, der du damals schon gewesen bist, der einfach nur im inneren Distrikt pimmeln will. Das kannst du jetzt alles machen. Du bist ein Held. Du kannst jetzt dich auf den Lorbeeren ausruhen. Denk nicht mehr nach, was passiert. Lass Eren alles machen. Lass mich alles machen. Du kannst jetzt einfach die Lorbeeren einheimsen und mach einfach Jaar. Mach dir gar keine Gedanken. Aber Jaar hat sich weiterentwickelt als Charakter. Er ist nicht mehr dieser selbstsüchtige Boy, der einfach sich gedacht hat, er will ein chilliges Leben innerhalb der Morn-Filme. Das ist lange vorbei. Jaar ist ein Charakter geworden, der nachdenkt, der Führungsqualität ändert, hat, der an seine Mitmenschen denkt, der auch moralisch daran denkt, was richtig oder falsch sein könnte. Das wird noch so viel mehr kommen zu Jon, wo ich mich sehr, sehr darauf freue. Aber dass Jon mit dieser Situation zu kämpfen hat und auch mit dem, was Eren macht, das sehen wir in dieser Folge schon sehr, sehr gut. Jon ist so ein bisschen zerrissen. Und wie das hier symbolisiert wird und dargestellt wird von Isayama beziehungsweise vom Mappa gefällt mir unglaublich gut. Da werden wir aber wie gesagt in den nächsten Folgen noch mehr zu bekommen. Und ja Leute, gehen wir zum Finale dieser Folge über, was übrigens erst gekommen ist nach dem Abspann. Ja, wir haben da noch gesehen, wie Conny jetzt mit Falco zu seiner Mutter reiten will und Falco sich an nichts erinnert. Er ist jetzt ein Titanenwandler und weiß nicht mehr, was passiert ist. Er denkt, sein Bruder ist noch am Leben und so. Und das Ganze geht jetzt in die Richtung, dass Conny ihn hier so ein bisschen verarschen will, sich als Guter herausstellen will und sagen will, yo, ich bring dich in Sicherheit. Ja, Leute, mal abwarten, was das wird. Da könnt ihr euch nächste Folge drauf freuen. Hat man ja schon in der Preview gesehen, dass es dann ernst wird. Und dann kriegen wir die finale Szene, die ich sehr, sehr nice fand. Aber die war auch natürlich noch sehr, sehr kurz. Das ist die, wie Peak und Magath da gerade so chillen und überlegen, yo, was sollen wir jetzt machen? Wir sind alle am Arsch. Wir sehen da oben die kolossalen Titanen mit Eren, die marschieren jetzt auf Marley zu. Was sollen wir machen? Wir sind im Prinzip handlungsunfähig. Und dann kommt Hanji einfach mal so von der Seite und Peak frisst auch noch fast Hanji, aber sie bremst zum Glück im richtigen Moment und wir kriegen die Bestätigung, Leute, wo wir im Manga einfach zehn Monate drauf warten mussten. Ihr musstet nicht mal, ihr musstet nicht mal drei Monate drauf warten. Ach, nicht mal zwei Monate, glaube ich. Ja, bei uns im Manga war es damals echt ekelhaft. Levi lebt, Leute. Levi ist eine fucking Mumie, aber Levi lebt. Und jetzt kommt es natürlich zum interessanten Punkt. Was will Hanji, Peak und Magath vorschlagen? Wie das weitergeht, erfahren wir auch in der nächsten Folge. Ich möchte auch diese Situation, diesen Moment hier in dieser Review einmal nochmal ganz kurz dafür nutzen, um euch dafür zu sensibilisieren, dass wir in den kommenden Folgen sehr wenig Action haben werden. Die nächsten zwei Folgen werden mindestens noch sehr dialoglastig werden, ehe wir so ungefähr in drei Folgen nochmal eine Action kriegen, aber ohne Eren, sage ich euch auch ganz klar. Aber das, da müsst ihr euch darauf einstellen. Wir werden Eren in dieser Staffel, in diesem Part, in diesem Part, sagen wir es so, in Part 2 bis Folge 12 werdet ihr Eren nicht mehr in großer Action sehen. Ich meine, ihr werdet Eren generell nicht mehr in großer Action sehen, denn Eren macht nicht mehr viel. Eren ist ein riesiger Tausendfüßler-Titan mit Millionen von kolossalen Titanen und er tritt halt alles platt. Mehr macht er nicht. So, ihr könnt da jetzt nicht erwarten, dass ein Titan irgendwie noch Breakdance macht oder so und ich sage euch, wie es ist, es wäre ziemlich langweilig, wenn ihr einfach nur sehen würdet, was Eren macht. Wäre es wirklich. Glaubt mir, vertraut mir. Das ist vielleicht einmal cool anzusehen für zwei, drei Minuten, weil ihr euch denkt, wow, ganz schön brutal, aber danach denkt ihr euch, yo, der macht das ja jetzt die ganze Zeit. Okay, ja, ja, dann hätte Attack on Titan nämlich eigentlich in dieser Folge enden können. Aber naja, Leute, wir werden es noch sehen in den kommenden Folgen. Ich fand diese Folge, wie gesagt, gut. Ich freue mich auch auf die kommenden Folgen. Die nächste Folge könnte wieder so ein bisschen kontrovers werden, ehe die übernächste dann wieder so auflockernd ist. Aber ich freue mich in jedem Fall auf alles, was hier noch in Final Season Part 2 kommt. Jetzt seid ihr gefragt, Leute, wie fandet ihr die Folge? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentarsektion. Seid dabei wie immer konstruktiv. Auch die Leute, die Eren immer, keine Ahnung, die da denken, die müssen irgendwie Eren verteidigen. Das ist ein Anime-Charakter. Chillt mal eure Base, Leute. Und ja, chillt einfach, schreibt ein paar entspannte Kommentare, lasst uns ein bisschen debattieren und ja, Däumchen nach oben nicht vergessen, Leute. Wie gesagt, hilft mir. Kuss, ne? Wirklich, hilft mir. Und kostenlos abonnieren. In diesem Sinne, Leute, wünsche ich euch immer noch einen wunderschönen Tag, Mittag oder Abend. Ich sag schon tschüss und hoffe, wir sehen oder hören uns spätestens im nächsten Video wieder.